Was ist die Angst vor der Aufgabe? Menschen mit Angst vor dem Verlassenwerden machen sich oft zu große Sorgen, dass sie eines Tages von ihren Angehörigen, auch von ihren engsten Angehörigen, verlassen könnten. Diese Probleme treten häufig bei Menschen auf, die als Kinder im Stich gelassen wurden oder deren Betreuungspersonen in der Kindheit emotional nicht erreichbar waren. Während viele Menschen aufgrund von Lebensveränderungen oder Tod ein gewisses Maß an Angst vor Beziehungsverlust haben, entwickeln Menschen mit Verlassenheitsproblemen häufig eine Reihe von dysfunktionalen Verhaltensweisen. Diese Verhaltensweisen dienen oft nur dazu, die Freunde und Angehörigen dieser Person noch mehr zu entfremden, so dass die Angst manchmal zu einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann. Psychologische Therapien können oft denjenigen helfen, die Angst haben, ihre Probleme zu überwinden, und sich letztendlich in Beziehungen sicherer fühlen. Die Angst vor dem Verlassen kann in der Kindheit beginnen, wenn ein Elterteil oder eine andere Bezugsperson das Kind buchstäblich verlässt. Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern können auch später im Leben zu Verlassenheit führen, da missbrauchte und vernachlässigte Kinder häufig mit dem Gefühl der Einsamkeit und Hilflosigkeit zu kämpfen haben. Einige Menschen mit solchen Problemen wurden möglicherweise nie als Kinder verlassen, missbraucht oder vernachlässigt, haben jedoch möglicherweise Angst, aufgrund emotionaler Probleme anderer Art, einschließlich Persönlichkeitsstörungen, zurückgelassen zu werden. Wahre Angst vor Verlassenheit setzt oft erst im Erwachsenenalter ein, wenn die Person zum ersten Mal unabhängig leben muss. Wenn die Angst beginnt, können die Opfer Angst davor haben, von Freunden und Angehörigen gänzlich abgelehnt zu werden. Diejenigen, die Probleme mit der Aufgabe haben, sind sich oft sicher, dass all ihre engen Beziehungen kurz vor der Auflösung stehen und dass sie selbst nicht mehr alleine weitermachen können. Diejenigen, die unter echten Verlassenheitsproblemen leiden, weisen oft eine Reihe von psychologischen Symptomen auf. Oft untersuchen sie ihre Beziehungen genau auf Anzeichen dafür, dass eine Aufgabe unmittelbar bevorsteht. Diese Personen könnten in Bezug auf das Verhalten eines geliebten Menschen in der Lage sein, sogar die geringsten wahrgenommenen oder tatsächlichen Mängel in Panik zu versetzen. Z. Sie klammern sich häufig übermäßig an die Person oder Beziehung, die sie fürchten zu verlieren, und bemühen sich möglicherweise übermäßig darum, ihren Angehörigen zu gefallen, um zu beweisen, dass sie sich lohnen und nicht abgelehnt werden sollten. Sie könnten Selbstbeschädigung drohen, wenn der geliebte Mensch jemals geht. Eine Person, die befürchtet, von einem romantischen Partner verlassen zu werden, kann von einer kurzen Beziehung zur nächsten springen, um zu verhindern, dass sie verlassen wird, indem sie sich selbst verlässt. Die Symptome von Verlassenheitsproblemen können es den Betroffenen oft erschweren, enge Beziehungen aufzubauen. Viele Verhaltensweisen dienen nur dazu, Angehörige zu vertreiben, anstatt sie nahezuhalten. Die Therapie kann denjenigen helfen, die Angst vor dem Verlassensein haben, um die Ursachen ihrer Probleme zu verstehen, und sie kann ihnen die notwendigen Mittel geben, um diese emotionalen Probleme zu überwinden und ihre emotionale Unabhängigkeit zu erreichen.